Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. In drei Tagen und zwölf Stunden beginnt die nächste Mission. Ähm, ja, und was wir jetzt bis dahin machen, ist natürlich nicht eine gute Frage. Wir wollen einfach mal schauen, was wir tun können. Wenn nicht, gucken wir, machen wir einfach hier Dinge, einfach die Zeit überspringen. Ist hier auch nichts. Also nur Makina. Ich glaube, wir haben irgendwie schon alles gemacht, weißt du? Das andere, was es halt jetzt noch geben würde, wäre halt noch die, ähm, die, scheiße, Feld, 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 ein, Feld, ein, Feld, ein, Sätze. Aber darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. Weil halt, weil die Mission halt, ich mag halt, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag diese Mission einfach nicht. Da, wo man, da, wo man diese ganzen Dinger erobern muss, das, das finde ich einfach nicht so spannend. Und dann ist das auch noch total stressig letztes Mal. Außerdem musst du da die ganze Zeit hinreiten, auch noch mit dem Chocobo. Wir haben so wenig Chocobos. Oh nein, ich will, nein, das wollte ich ja gar nicht. Erreiche den VS-Range eines Obers und berichte den, nein, tschüss. Gut Arbeit. Auf unserer Seite. Die Klasse Null erhält daher den Befehl, sich per Luftschiff nach, nach Ingram zu begeben und uns zu schützen. Gut, dass man die Zeit überspringen kann, äh. Ist ja nämlich sonst echt ziemlich nervig. Ja, ich meine, du kannst auch einfach die ganze Zeit zur Weltkarte raus und wieder rein. Das geht schon. Ja, aber es ist dann jetzt schon wieder so eine Scheiß-Abwehr. Äh, Abwehr, sag ich schon, äh. Eroberungsmission. Ich hoffe jetzt mal, ich hoffe mal, es ist wieder eine ganz normal... Müssen wir... Sind das nicht dein Ernst? Ja, das ist nicht dein Ernst. Sie sind gerade davon weggelaufen. Ja. Ach du, das hättet ihr ja endlich nicht, dass wir euch brauchen würden, um diesen Krieg für uns zu entscheiden. Das Imperium ist so gut wie geschlagen. Will euch bloß nicht ein, ihr hättet hier das sagen. Über den weiteren Verlauf enthält das Roma-Militär. Nun lasst euch von eurem Mokri in die Mission einweisen. Da weist euch wenigstens gegen Ende mal etwas nützlich. Och, du Arschloch. So ein Arschloch. Und jetzt... Ja, jetzt muss man in dieses Klassenzimmer. Natürlich. Nun bleibt nur noch Innenkram. Da steht nämlich nicht, dass man sich beteiligen kann. Das heißt, es ist eine richtige Mission. Keine Eroberungsmission. Jetzt zum Luftschiff-Dock, oder? Ja, weil bei den Eroberungsmissionen... wird ja gesagt, du kannst da mitmachen. Wahrscheinlich, weil manche Leute einfach keinen Bock auf diese Missionen haben. Dachten sich vielleicht die Entwickler haben. Ja, stimmt doch irgendwo. Aber natürlich die Story-Quest, womit die Eroberung zu tun haben, werde ich natürlich nicht skippen. Das ist ja auch Story, weißt du. Also bekommt man keinen Erfahrungspunkt dafür. Machina? Rem. Machina? Warum bist du ein Kadett? Huh? Weil... Ich will sein Agito. Wenn ich bin Agito... Ich kann sagen, dass die Räume nicht auf die Räume nicht zu retten, die nicht zu retten, können wir uns nicht zu retten. Das ist verrückt. Wir sind beide hier für das gleiche Grund. Und zwar... Hm? Ich weiß nicht mehr. Ich bin in Klasse 0. Aber ich bin hier nicht. Warum würdest du das sagen? Wir sind alle in diesem Zusammenhang, um uns zu helfen. Um uns zu helfen? Nein, wir sind nicht um uns zu helfen. Ich bin immer nur der einzige, der brauchte Hilfe. Machina. Aber es ist jetzt anders. Jetzt kann ich dich schützen. Ich habe den alten Machina gesagt. Derjenige, der zu reden war. Du musst nicht mehr rischieren. Machina, wenn dir etwas tut, kannst du mir sagen. Oder jemanden in Klasse 0. Du solltest zurückgehen. Der Wind kommt. Ich bin in der Mission. Ich kann jetzt nicht wieder reingehen. Machina hat die Gruppe verlassen. Macht auch gerne, ne? Macht auch gerne. Geht einfach mal wieder. Was? 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 Kur. Das ist wertschuld, dass du dir aussiehst? Oh Gott! Das ist schon! GBR Wir reden vielleicht nicht ungefähr. Hm, suche Folle. Do you not know, what they call me? I am. Couture, the unscathed. White Thunder, ready for launch. Die hat mir jetzt eben sympathisch, ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. In unserer nächsten Mission werden wir hier ingram aus der Luft eingreifen, seid ihr bereit? Geht an Bord, Klasse 0. Ja, halt alle hier. Ich brauche nämlich alle Elemente, das ist wichtig. Oh Gott. Ja, der hat sich jetzt wirklich um die Arya gekümmert, ne? Ach, sie ist ja nicht so ein schlechter Mensch. Nein. Oh Gott. Wieder direkt schon los. Oh Gott. Ach, Magiewall. Der war ja voll einfach. Was ist das für eine benötigte Zeit, Alter? 56 Sekunden. Ja, der ging aber so schnell K.O., was war denn da los? Wir sind wirklich zu overleveled, glaube ich. Aber ich habe gehört, dass man fürs Finale so ein Level haben sollte. Wir sind langsam im Finale. Das weiß doch noch nicht das Kapitel, oder? Bitte nicht. Die Unterschiede in Momentum ist zu großartig. Ich muss es etwas überlegen. Ich muss zurück nach Basis zurück. Hm? Was? 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 Warum ist der General mit einem Ultima-bomb? Hein, ich bin nicht alleine な. Nein, allein aus Milites Whatever. Ich nehme alles mit mir. Woir wenn man sie alle인지傳隻edern? Das oh das? Das, das du wirklich reakst? Der Signal. Ultima? Sol Mail. Hast du die multifädie Spr Reich aus der Die Route, und die gesamte Stadt und die gesamte Stadt. Und vielleicht all die Militess. Verdammt! Ein bisschen weiter! Das ist es. Aber es sollte genug sein. Ich glaube, das ist eine Verkaufung für immer auf der Fronten. Vielleicht, dass mein einziges Regret ist... Das ist... wirklich eine Reprisal. General? Das macht mich jetzt voll traurig. Der war mir eigentlich sympathisch. Der hat ja eigentlich schon eine gute Seite gehabt. Haben wir ja auch gesehen, hat er direkt gesagt, wo die Aurea da lag, hätte sie ja auch einfach sterben lassen können. Und er hat gesagt, dass er sie retten soll. So ein schlechter Mensch war der nicht. So ein schlechter Mensch war der nicht. So ein schlechter Mensch. Oh, geht nicht. Nein, oder? Was seid ihr für Bastarde? Guckt euch mal diesen Weg an. Ich muss nur für einen Chocoball verbrauchen. Ich kann ja nicht den ganzen Weg da jetzt laufen. Gut. Ich kann ja nicht den ganzen Weg davon ausmachen. Wieso funktioniert jetzt die schnelle Reise nicht mehr? So dumm. So dumm. So dumm. Was ist denn das? Alter! Der hat noch nie gesehen. Das muss neu sein. Aber vor allem noch nicht da. Dann ist der Academy. So ein Bastard. Hoffentlich stirbst du. Ich werde hier nochmal einen Chocowufer brauchen. Ja, aber jetzt muss man halt uns damit durchkämpfen. Die ganzen Gegner-Encounters. Ich bleib mir schnell drauf. Gerda. Ja, komm. Ich bin nicht so. Von woher kommt jetzt Deuce? Die war vorher auch noch nicht da. Hinterhalt. Ne, komm in tiefschlag. Ja. Ja. Freimagie hatte Ram? Sei es wahrscheinlich so viel, dass es keine MP kostet, das ist voll gut. Obwohl sie sowieso 1400 irgendwas MP hat. Haben wir noch nie bei den Final Fantasy gesehen, dass den Charakter mehr als 1000 MP hat. Ich glaube es mal. Ich glaube es mal. Ich habe nichts gedrückt, das war es selber. Das sah nämlich echt so aus, als hätte man es übersprungen, aber das habe ich nicht. Ich diesmal auch nicht. Ram? Ram? Das stimmt sich noch bevor. Das war Kapitel 7, das war mein letztes Kapitel. Geht's auch ein bisschen schneller als ich dachte. Ich dachte, das Spiel würde länger gehen. Naja, ist auch okay. So, Kapitel 8. Letztes Kapitel steht sogar dran. Ist ganz spannend. Und? Mit sovrischem Geräusch, die Räume der Zeit schreien. Die Zeit schreien, die nicht zurückkehren. 1, 2, 3, 4. Die Zeit ist richtig. Die erste Seele ist öblich. Und die Vögel der Thunder ist in der ganzen Welt. In all the other village, the Gears start to finish. The voice that furnishes all the truth. The full finish, the portal will be the path that shall remember. We have arrived. Bitte was? Nee, das ist doch nicht wahr. Ram hat die Gruppe verlassen. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, okay, gut, Leute, das werden wir am Fahren und wir im nächsten Part weitermachen. Äh, und ciao.